An alle starken Frauen Ihr seid das Salz der Erde Wenn sie dich als starke Frau sehen, denken sie, dass du nichts oder niemanden brauchst. Du kannst alles aushalten und wirst alles überwinden, was passiert. Dass es dir nichts ausmacht, nicht angehört, betreut oder verwöhnt zu werden. Wenn sie dich als starke Frau sehen, suchen sie nur nach dir, um ihnen zu helfen, ihre Kreuze zu tragen. Sie sprechen mit dir und denken, du brauchst nicht gehört zu werden. Eine starke Frau wird nicht gefragt, ob sie müde ist, leidet oder fällt, ob sie Sorgen oder Angst hat. Das Wichtigste ist, dass sie immer da ist. Ein Leuchtturm im Nebel oder ein Stein mitten im Meer. Der starken Frau wird nichts vergeben. Wenn sie die Kontrolle verliert, wird sie schwach. Wenn sie die Beherrschung verliert, wird sie hysterisch. Wenn die starke Frau eine Minute verschwindet, fällt das sofort auf. Aber wenn sie dort ist, ist ihre Anwesenheit üblich. Aber die Kraft, die man jeden Tag braucht, um so eine Frau zu sein, ist für niemanden von Bedeutung. Darum ehre, erkenne, respektiere und danke den starken Frauen in deinem Leben, denn sie sollten auch verwöhnt, geliebt werden und das Gefühl haben, dass sie sich ausruhen können. wäre sie ein lieblich. Vielen Dank.